Hey Leute, ich habe in diesem Video LeCrupp einen kleinen Stream auf bundeswecke Streamsland ungetreut. Hier oben rechts ist nochmal sein Kanal verlinkt, lasst ein bisschen Liebe da. Zwischen uns ist kein böse Blut oder so, das Ding ist halt, er weiß vor dem Video Bescheid, bevor ich mal kurz vorab gesagt habe, dann viel Spaß beim Video. Was geht? Was geht? Ich bin live auf YouTube. Ey, ich... oh mein Gott, wie viele Zuschauer, wie viele Zuschauer. Eins. Boah, Junge, heftig. Sprichst du als Gangster, ne? Wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Ach, Junge, geh mal weg. Ähm, hier, warte, ich schreibe in den Chat, okay? Oh, Dicke, heftig. Scheiße, der hört mich nun. Der hört mich. Ich wusste, dass du kommst. Woher schieße ich? Oh. Ah. Darf ich die Streamsland nicht? Nein. Mach doch. Angrö... Nein, darfst du nicht schießen, nein. Nein. Hä? Ey. Was mach ich eigentlich, Dicke? Was willst du? Geh weg. Ich verfolge dich. Ja, das Einzige, was du machst, ist einfach... Was? Nix. Ich hab nichts gesagt, wirklich. Ich hab gar nichts gesagt. Scheiße, er ist im Live-Show, wer kann mich sehen? Du hast deinen Hamster beleidigt, ja? Das kriegst du richtig... Ich hab deinen Hamster... Hast du, ich hab'n Hamster? Ich hab'n Hamster, du hast deinen Hamster beleidigt, du hast auch verwerben. Ich hab'n Hamster nicht beleidigt. Du bist... Oh Gott, ich hab' auch nicht über deinen Hamster gesagt. Wolle, ich hab' nicht... Ich가' auch eine Waffe. Ich hab' auch noch Waffe. Ich hab' auch noch Waffe. Ich hab' auch noch Waffe... Ich hab' auch noch... Ich hab' noch Waffe. Ich hab' auch noch Waffe, ne? Ich hab' auch noch Waffe, ne? Ich hab' auch noch Waffe. Ja, aber du musst' jetzt nicht sagen, dass ich den Handschel bleib' schľack' habe. Ich wusste gar nicht, dass das ein Hamster erst. Das habe ich auch nicht gemacht. Warte schon, ey. Red tubig ist gefährlich und einen Hamster beleidigt. Hab' ich nicht! Ich weiß gar nicht, dass du sag'n Hamster ist. so dass ich zwei waffen er darf das gar nicht er hat zwei waffen und durch mich an dass ich ihn irgendwie gesagt hat dass ich sein haußer beleidigt hat ist youtuber das meiner darf das nicht meiner darf das nicht was geht er hat mir gesagt dass sein haußer beleidigt habe ich sage mal nein diskutieren ich nein ich habe mich damit abgefunden ich habe ich weiß gar nicht dass ein haußer ich habe jetzt ein haußer ich weiß gar nicht ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht ich habe ich habe nicht sein haußer beleidigt ich schwöre auf gott ich habe nicht sein haußer beleidigt entschuldigung ja das ist für mich bei den entschuldigen für nichts eigentlich aber er sagte dass ich ihn ich habe ja anscheinend sein haußer beleidigt deswegen sage ich entschuldigung aber ich habe es nicht getan das ganze wort ich will das ganze wort von mir und da sagst du wieder für was entschuldigt alles gut entschuldigt einfach für das was getan entschuldigung das ist danke 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 sie zum einiges besser mein haußer hat hat er keinen ziel gestoßen ich wusste irgendwas passiert kannst du bitte aufhören mich zu können du gehst ja zu links der fanflasche dahin und sagst du mal leid dass dein haußer beleidigt habe ich wusste 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 okay ich krieg kann man kommt von mich sicher ja du bist dabei sicher wird nicht gut einfach nur gekickt ne vor allem wenn ich beim gebannt wurden wirklich nicht dann gehe ich auch nie wieder in dem server ein damit auch sehen man das sehen wir gehen ich muss mein anderer hat kein dings mehr ich hab keine akku mehr nie wieder mein hamster bleiben ja nein ich komme ähnlich wenn die in die server ein deswegen werde ich ja nie wieder sein ich warte kurz ich krieg euch das aus dem stream raus mein kleiner hamster hat sich letzte woche den kleinen ziel gestoßen hat und daraufhin war ich sehr traurig bitte nicht noch mal ja nicht noch mal okay weiß was ich mach es nicht noch mal geht alle aus dem stream raus okay ich geh nicht dann geht nicht okay dann geh nicht das ist mein freund geht doch einfach raus du bist voll gemein ich bin nicht gemein du bist gemein ich bin nicht gemein du bist gemein ich hab immer ich hab ich sag's noch einmal ich hab nicht meine spenden dings bums drin ich mach das auch nicht weil dann verarschen mich irgendwelche leute angela merkel ist dem stream beigetreten mein gott angela merkel was ist das wo bin ich gerade reingegangen geht es geht es geht es geht es ist wie gesagt man haben sie nicht beleidigen ja ja ich werde dann hab sie nie wieder oha ey hast du gesehen angela merkel ist immer einfach die bitte alle ich dachte ich lasse mich jetzt ganz allein hier aber ihr seid immer noch im letzten und seid ihr doch bitte noch ein schaden ich bin der größte feld ich habe ich schon wieder gewohnt geklärt haben leider einfach mein hamster nicht habe ich aber nicht ich habe nicht dann haben sie beleidigt ich habe nicht der hamster bleiblich doch nicht der hamster bleiblich doch nicht der trump ist ein leichter beigetreten lennart du bist so witzig du bist auch echt witzig wird alle so witzig mann ich weine weil es so witzig ist nein seid ihr immer noch auf diesem server danke wirklich ich will ich gerade richtig doll bahn aber ich habe mitleid zu anderen aber nicht zu euch eigentlich zu euch kann man kein mitleid haben bitte nicht rauskicken ok weißt ja natürlich bitte nicht rauskicken ok könnt ihr bitte jetzt aufhören fragen zu stellen der wird noch sehen man der wird noch sehen diggert falls euch das video gefallen hat lasst auf jeden fall ein like oder eine proste gewählung da tschüss schönen tag euch noch tschüss